Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, dass man E-Mails ganz einfach fälschen kann. Zumindest vordergründig und zumindest den Absendenamen. Aber das scheint zu reichen, denn jeder fällt drauf rein, oder sagen wir mal fast jeder. Regelmäßig erreichen uns Fragen und Kommentare zu dem Thema. Kürzlich wurde wieder gefragt, wie es denn möglich sei, dass jemand E-Mails bekommt, die den Absendernamen des Empfängers tragen. Also, Hans-Vader erhält eine Spam-Mail von Hans-Vader. Da fragt man sich, wie geht das? Ist Hans-Vader etwa ein kleiner Schizo, schreibt sich selbst E-Mails und kann sich am Ende nicht mehr daran erinnern? Gemäß dem Wahlspruch von Alfred E. Narkotikum, mit den richtigen Drogen kriegt man auch wirklich alles hin. Nun, die Wahrheit ist natürlich ganz anders. Und in dem Fall ist sie auch ganz einfach. Ich habe mir hier mal einige Exemplare rausgesucht und vordergründig kommt zum Beispiel jetzt hier die erste E-Mail von Emil. Zumindest vordergründig. Und da gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Die erste ist natürlich, Emil hat die E-Mail auch wirklich geschrieben, aber davon brauchen wir nichts auszugehen. Jedenfalls nicht bei dem Inhalt. Oder halt, jemand hat einfach den Namen reingeschrieben, denn E-Mail-Absendenamen, die sind im Grunde frei wählbar. Zeige ich nachher auch noch. Oder natürlich, Emil hat dritten Fremden Zugriff auf sein Postfach gegeben. Unfreiwillig wahrscheinlich. Und die verschicken nun in seinem Namen die E-Mail. Ansonsten eben der übliche Spam von André, der allerdings eigentlich eine Frau ist, denn ihr Mann kriegt keinen mehr hoch. Gut. Das sind die üblichen Probleme. Jedenfalls in Bezug auf Spam. Dann haben wir hier noch Makita Roberts. Natürlich purer Spaß. Und die Russen, die natürlich auch. Ja, und das Ganze gipfelt dann eben, wie eben schon gesagt, darin, dass hier mal der Absender die gleiche Adresse hat wie der Empfänger. Also, wie ist das möglich? Nun, wie schon gesagt, das ist ganz einfach, denn der Absender einer E-Mail, der kann absolut frei gewählt werden. Und wenn ich sage frei, dann, ja, dann meine ich auch frei. Kann ich auch hier zeigen. Dazu schalte ich mal ganz kurz um auf einen anderen Rechner. Hier läuft auch mein E-Mail-Programm und da gehe ich jetzt einfach mal in die Konteneinstellungen. Hier, das Konto von dem aus wird gleich die E-Mail verschickt werden. Merken wir uns einfach mal sv2.sempervideo.de. Aber ich habe hier halt noch die Möglichkeit, weitere Identitäten einzutragen. Die Standardidentität ist natürlich direkt drin, aber ich kann hier hinzufügen. Und schon kann ich hier für diesen Account eine neue Identität einfügen. Werde ich hier gebeten, einen Namen einzugeben. Und jetzt nehme ich mal Angela Merkel. So, wahrscheinlich hören Sie ja meiner melodischen Stimme. Ich bin weder Angela noch Angela Merkel. E-Mail-Adresse. Ja, bundeskanzlerin.at.bundestag.de So. Organisation. Das müssen wir nicht eingeben. Nehmen wir einfach mal CDU. Klicken wir auf OK. Und das war es dann schon. Also können wir das jetzt hier schließen und unseren Test fahren. E-Mail verfassen. Jetzt hier Absender. Da habe ich nämlich die anderen Identitäten zur Auswahl. Wählen wir also Angela Merkel an. Natürlich, dahinter steht immer noch, ganz schwach zu lesen, sv2.sempervideo.de. Das ist der Account, der benutzt wird. Empfänger, der muss natürlich stimmen. Also sv3.sempervideo.de. In meinem Beispiel. Dass die Absenderadresse nicht stimmt. Die habe ich ja mehr oder weniger gerade erfunden. Das sorgt natürlich dafür, dass ich niemals eine Antwort von Ihnen bekommen würde. Denn wenn Sie darauf antworten würden, dann wird die natürlich auch geschickt werden an bundeskanzlerin.de. Aber bei Spam-Mails interessiert das natürlich keinen, dass eine eventuelle Antwort nicht ankommt. Denn bei Spam-Mails geht es ja nicht darum, dass Sie antworten. So, Betreff ist, ich brauche Sie und echt ehrlich jetzt. So, schicken wir das Ganze ab und dann schauen wir mal nebenan, ob wir Post von der Bundeskanzlerin bekommen haben. Ja, hier, von Angela Merkel. Also, der Teil ist also völlig frei wählbar. Wenn Sie sich jetzt fragen, wieso das E-Mail-Prinzip so unsicher ist, das sieht ja so aus, als wenn den Shit jemand von der Regierung zusammen verzapft hätte. Nun, um die Hintergründe zu verstehen, müssen wir etwas in der Zeit zurückgehen. In eine Zeit, als die Dinosaurier noch, nein, so weit brauchen wir nicht zurückgehen, aber in eine Zeit, als es das Internet noch gar nicht gab. Der Vorgänger von unserem E-Mail-Protokoll, der wurde schon immer auf Unix-Computern eingesetzt. In einer Zeit weit vor dem ersten Windows- oder DOS-Computer kannten Unix-Maschinen schon mehrere Benutzer auf einem Computer. Und wenn das System zum Beispiel eine Fehlermeldung an einen Nutzer schicken wollte, dann wurde das damals schon per E-Mail quasi gemacht. Aber Empfänger und Absender waren natürlich auf einem Computer. Insoweit war es nicht wirklich eine E-Mail, sondern nur eine Nachricht. Mit der ersten Vernetzung der Computer im sogenannten ARPANET, dem Vorgänger des heutigen Internet, gab es dann eine aufgebohrte Variante, das Mailbox-Protokoll. Und welches dann wiederum 1982 mit dem Erscheinen des Internet nochmals aufgebohrt wurde zum SMTP-Protokoll. Und SMTP steht nicht für Sadomaso, nein, das steht für Simple Mail Transport Protokoll. Und das Simple an dem Ganzen ist wörtlich zu nehmen. Denn als es entworfen wurde, da gab es im Internet nur einen Haufen Wissenschaftler, die sich gegenseitig untereinander austauschten und da gab es gar keinen Bedarf an Sicherheit, weil von denen niemals jemand auf die Idee kommen würde, sich als jemand anderes auszugeben. Ist wirklich so. Wir reden hier von einer Zeit, als Porn so aussah und Raubkopien schaute man so. Erst mit der fortschreitenden Zeit sind dann auch die üblen Elemente ins Internet gegangen. Und mit der wachsenden Anzahl der Opfer, also ihnen, die man übers Ohr hauen konnte, kamen auch die Kriminellen, Abzocker und Anwälte und natürlich auch Politiker. Ungefähr seit der Zeit sind auch meine Kollegen online. Aber das E-Mail-Protokoll hatte sich schon durchgesetzt, insoweit wird es da auch künftig auf lange Sicht keine große Veränderung geben. Das heißt, das Spam-Problem, das wird sich nicht so schnell erledigen lassen. Das heißt aber nicht, dass eine E-Mail absolut anonym ist. Denn der Computer, der die E-Mail bei Ihnen abliefert oder streng genommen bei Ihrem Provider, der identifiziert sich natürlich mit seiner eigenen IP. Kann man hier ganz schön sehen, wie funktioniert E-Mail. Also hier, Alice möchte eine E-Mail an Bob schicken. Und damit das Ganze funktioniert, schickt Alice die E-Mail also ab, eigentlich an den SMTP-Server des Providers. Telekom.de oder ähnliches halt. So. Und der SMTP-Server, der muss natürlich im zweiten Schritt erstmal feststellen, welche IP ist denn hinter dem Empfänger. Weil die Zieladresse heißt ja eigentlich nur bob.b.com. Also muss er nachfragen, wie ist die IP. Die IP bekommt er als Antwort und wenn er dann die Nummer hat, dann verschickt er erst die eigentliche E-Mail und die bleibt dann hier liegen, bis Bob das Ganze dann hier abruft. So, aber dieser Rechner hier, das quasi unser E-Mail-Server, Ihrer, der von Ihrem Provider, der bekommt natürlich die IP von dem absendenden Computer mit. In dem Moment, wo er sie halt überträgt. Doof ist nur, dass Ihr E-Mail-Programm oder kaum jemand das direkt anzeigt. Kann man aber ganz einfach hier dann feststellen. Ich rufe nochmal die Spam-Mail von eben auf. Also hier, vordergründig von Angela Merkel. Wenn ich allerdings jetzt hier mir den Quelltext der E-Mail aufrufe, dann sehe ich halt hier eben, okay, von Angela Merkel at Bundeskanzlerin at Bundestag.de. Aber eigentlich erhalten habe ich die E-Mail von diesem Computer. So, und das stimmt natürlich nicht mit Bundestag.de überein. Insoweit ist da schon eine kleine Unstimmigkeit, die in der Regel dazu führt, dass man zu dem Ergebnis kommen kann, das ist eine Spam-Mail. Gut, in dem Fall ist das hier eine lokale IP gewesen, ist nicht ganz so aussagekräftig. Aber wenn ich mir jetzt nochmal die Spam-Mails von eben anschaue, dann hier auch auf mehr und den Quelltext anzeigen lasse, dann sehe ich natürlich, okay, auch hier wieder Absender. Gut, das bin ich offenbar selber, aber in Wirklichkeit der Computer, der mir das Ganze geschickt hat, das war diese IP. Die kann ich mir also mal in die Zwischenablage kopieren und dann einfach bei meiner Standard-Suchmaschine, who is, und dann die IP. So, und dann bekommen wir hier als zweiten Treffer direkt angezeigt, Pakistan. Insoweit ist eine E-Mail also durchaus zurückverfolgbar, jedenfalls der abliefernde Computer. Wir können natürlich jetzt immer noch nicht sagen, ob derjenige die E-Mail auch mit Absicht geschickt hat oder ob das nur irgendein dummer Junge war mit seinem geklauten Windows, das deswegen mehr Löcher hat als Schweizer Käse, weil er keine Updates einspielt und deswegen von anderen als Spam-Bot missbraucht wird. Rechtlich gesehen ist Spam in Deutschland natürlich nicht erlaubt. Es gibt einige, die betrachten das sogar als Computersabotage. Große Provider, die ergreifen natürlich Gegenmaßnahmen. So akzeptieren diese oftmals keine E-Mails von sogenannten variablen IPs. Ich gehe jetzt mal davon aus, sie haben einen Privatzugang, zum Beispiel von der Telekom, also keine Firmenleitung mit fester IP, sondern ihre IP ändert sich alle 24 Stunden. Das heißt, wenn Sie auf Ihrem Computer jetzt einen SMTP-Server installieren würden, um E-Mails zu verschicken, dann würde zum Beispiel Gmail und Co. die E-Mail gar nicht erst annehmen, eben weil sie von ihrer und damit von einer variablen IP kommt. Und von denen kommt normalerweise eben nur Spam. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wieso ich verschicke doch täglich E-Mails, nein, eben nicht. Schalten wir nochmal um. Nicht Sie verschicken die E-Mail an ihn, sondern der SMTP-Server Ihres Providers schickt die E-Mail an den SMTP-Server des Empfänger-Providers. Insoweit nicht Sie direkt. Darüber hinaus lässt sich natürlich auch jedes gute E-Mail-Programm entsprechend trainieren, um den Spam so gut wie möglich herauszufiltern. Berichten zufolge werden 54 Milliarden Spam-E-Mails pro Tag verschickt und laut Wikipedia kam 2007 auf jede richtige Mail neun Spam-Mails. Also 90% aller E-Mails in 2007 waren Spam. Daher also als Fazit, es sollte Sie nicht überraschen, wenn Sie mal eine Mail von Ihnen bekommen und das ist eine Spam-Mail. E-Mails zu fälschen ist relativ einfach. Okay. E-Mails zu fälschen ist relativ einfach.